Ist das irgendein Fall oder noch? Verstellst du dich wieder von dir selber? Ist das wieder deine Qual oder suchst du eine Befreiung von dir selbst? Sind es wieder neue Sorgen oder hast du noch einmal mit mir einfach nicht interessiert? Was ist es? Was heißt es? Nicht du allein bist du allein! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR